Hi. Falsche Richtung. Nachbar oder sowas helfen. Ja, wir sind unterwegs. Also ich zumindest. Noch immer so ewig, bis ich wieder bei einem Posten bin. Hey, dann porte dich doch mit den Schildern am Spawn. Ja, und wenn ihr die Punkte nicht einnehmt. Ja, Entschuldigung. Ich nehm grade einen. Ganz alleine. Hilflos. Da. Ich hab grad allein mit dem Büro eins gegen den. Äh, Assort gewonnen. Krasser Typ. Danke. Jetzt hab ich den noch angezündet. Ich weiß schon, warum ich ein Screen mit dir haben wollte. Wegen gewonnen. Wegen dir, genau. Aber heil dann bitte nicht die Gegner mit, ey. Halt nur mit dem roten Ding auf die Gegner? Ja, du darfst nur Medic sein, wenn du, äh, wenn du... Komm. Wenn du das ordentlich machst und nicht blöd bist. Okay. Sonst bist du ein inkompetenter Medi. Ja, und ansonsten ist es... Ich hab nur einmal eingebildeter Medi gesagt. Na ja. Stimmt's? Wieso hab ich noch keinen Kill? Was ist hier los? Bestimmt zwei Kills. Oh nein, Revan. Ach wohl, er ist bei uns im Team. Oh, ich hab doch einen Kill. Warum auch immer. So. Stell ihn jetzt früh stehen. Mit den roten Dingern. So. Und jetzt auf... Auf die Todplatten gehen, ne? Krieg ich Bonus. Genau. Genau so geht das Spiel. Du hast es erkannt. Okay, warte. Du we- Du weißt, dass wir mit jedem Tod auch ein Ticket verlieren? Ja. Ja, dann hör mal bitte auf damit. Aber ich habe das l aqui. Das war heute Abend. Umser 2, 7 bis 6, 7 bis 6 6, 8 bis 6, 9 bis 16, 20, 10 bis 38 Zeit. Aber jetzt haben wir jetzt ein puh jahr schon lange, die mad. Du wurst auf bei uns gut einór in einem Lösch Carla,